Ich weiß, dass du ein nichtes Tier bist, wenn's ums Essen geht Doch was du da getan hast, kann ich nicht verstehen Warum hast du sie mir weggenommen? Ich bin doch gerade erst nach Haus gekommen Ich möchte sie doch einmal wieder sehen Fuchs, du hast sie ganz gestohlt Warum treib ich denn dein Hunder nur zu solchen Sachen? Bring sie bitte wieder her Ich bin voll am Ende und ich kann nicht mehr Fuchs, du hast sie ganz geklaut Wieso denn gerade sie und ich, ein Händchen vom Nachbarn? Bitte gib sie wieder her Sonst und ich der Jäger mit dem Schießgewehr Sonst und ich der Jäger mit dem Schießgewehr Sonst und ich der Jäger mit dem Schießgewehr Ich hatte schon seit Stunden nichts mehr im Magen Da brauchte ich mal eben nen kleinen Snack Ich wusste, dass in der Geflügelmast Du ziemlich viele Gänse hast Da hat mich eine angequakt Und die befindet sich jetzt in meinem Verdauungstrat Fuchs, du hast sie ganz gestohlt Warum treib ich denn dein Hunder nur zu solchen Sachen? Bring sie bitte wieder her Ich bin voll am Ende und ich kann nicht mehr Fuchs, du hast sie ganz geklaut Wieso denn gerade sie und ich, ein Händchen vom Nachbarn? Bitte gib sie wieder her Sonst und ich der Jäger mit dem Schießgewehr Der Jäger mit dem Schießgewehr Mit dem Schießgewehr Mit dem Schießgewehr Mit dem Schießgewehr Dem Schießgelb wird der Jäger So, das war meine Gautier-Parodie zu Somebody That I Used To Know Wenn ihr sie besser fandet als die von Waititi, gebt mir einen Daumen hoch Macht was ihr wollt damit Es würde mich sehr freuen, wenn ihr das Video bewertet Es eventuell favorisiert Danke an Corny für den Fuchs An Corny's Vater für die Bereitstellung der Hühnchen Danke an Alex für die Kamera Und hier besucht sein Spreadshirt-Shop Da kriegt ihr solche schönen T-Shirts, wo Hunde drauf sind Und das war's im Prinzip Wir sehen uns im nächsten Video Bis dahin Man sieht sich Bist du verscheuert LOL Bist du verscheuert